Meine Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, fallende Typen. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Wipfel, wirrra. Ja, 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 das sieht ganz gut aus. Aua, aua, ja, 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 ja. Autschi, bautchi. Lass mich jetzt hier durch, du miese Sau. Ah! Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel schon mal geschafft habe. Aber ich hoffe, ich werde es diesmal wieder schaffen, aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ey! Ey, du blöde Sau! Lass mich jetzt hier rein. Jawoll. Haha! Ich sag uns, wies, wies, wies. Ach, Wolkenrennen, da habe ich doch letztes Mal meinen Ausraster geschoben, falls ihr noch erinnern könnt. Ansonsten, schau dir letzten Parkfeder und mach mal rein. Ich sag mal, hä, du blöder B***er, Junge. Leck mich doch am A** jetzt. Also wirklich, was ist das denn für eine Sch***? Komme ich noch mal in die dritte Runde, ver***te Sch***? Rein da. Wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann werde ich aber ganz schön sauer. Ey! Als ob mich dieser ver***te Knopf runterhauen kann. Ey! Was ist denn Sch***? Ey, ich gönne es dir doch. Ich habe doch keine Ahnung. Alter, ich werde hier gleich so saftig. Ich glaube, ich werde da der Letzte sein. Oh, jetzt ist das Sch*** schon wieder hier. Hier verliert man wieder kostbare Zeit. Sch*** einfach drauf, Digga. Was ist das für ein Sch***? Wirklich? Wie lange braucht das Ding denn? Und rein da. Alter, wer hat da jetzt gedrückt? Jetzt lass mich da durch. Ey, jetzt rollt... Bewegt deinen fetten Arsch. Du willst doch wohl nicht... Ja, perfekt. Ich habe verloren. Digga, was ein Sch***-Game. Das ist genauso Sch*** wie das letzte Mal. Ey! Ich werde die ganze Zeit... Ich werde die ganze Zeit hier rumgereicht. Ja, was ist das für ein Sch***-Game, Alter? Was ist das für ein Arsch? F*** das Game. Und raus. Ey, jetzt geht die Sch*** schon wieder los? Du willst schon stresst, du mieses Sau. Lass mich jetzt in dieses F***-Game. Wenn ich jetzt wieder in der zweiten Runde ausscheide, dann f*** ich alles hier. Was ist das? Genau dieselbe Sch***. Let's go. Ich fände gar nicht erst da oben hinzugehen, Alter. Ich gehe direkt unten durch. Das ist vielleicht langweilig, aber fiktiv. Ansonsten komme ich ja nicht mal mehr in die zweite Runde. Verdammte Arschweißerabell. Los geht's. Aua. Ey, steh doch auf. Platzt er mir einfach ins Gesicht. Digga, du willst mich verarschen? Die wollen mich hier aus diesem Game mobben. Jetzt geht's mir doch hier auf den Weg. Alter, ich werde hier durchgereicht. So, wir das nass und f*** mich. Verpiss dich. Stellt euch nicht in den Weg. Ha ha. Ha ha ha. Das ist wirklich pures Mobbing heute. Was soll dieser Sch***? Aber vielleicht, das partei ich noch nie im Video. Also hier ist ne Malone. Steht überhaupt jemand falsch? Ja, da stand echt jemand falsch. Was ein Opfer. Jawohl. Ich bin in der dritten Runde. So muss das sein. Juhu. Wie viele sind jetzt rausgeflogen? Das sah echt nach richtig vielen Leuten aus. Jo, okay. Haben die irgendwie, keine Ahnung, Gedächtnis von einer Schnecke? Oh, das hatte ich noch nicht. Versuche nicht durchs Eis zu brechen und fall nicht aus der Arena. Schneeball Überlebenskampf. Konzentration. Wir kriegen direkt was Neues. Ich hab's noch nie gespielt. Ja, perfekt. Ich wusste nicht, dass man da so schnell einbricht. Das ist ja mal wieder richtig sch***. Weißt du, bin ich immer in die dritte Runde gekommen und dann so. Schneeball Überlebenskampf. Hier kriegst du noch was Neues. Meine Güte, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Und er freut sich wieder. Oh, schwindelnde Höhen. Easy. Das schaffen wir. Ja, perfekt. Ist mehr Internetprobleme, das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Weißt du, jetzt kommt ein Game, was einfach ist und dann kommen erst mal Internetprobleme. Ja klar, kommt jetzt schon wieder ein Ball. Ich glaube, es geht los hier. Jetzt kommen ja noch ein paar Bälle. Au. Au. Warum überrollen die immer mich? Oh, nee. Das Spiel, das ist, also heute ist echt Mobbing-Tag. Was soll der sch***? Können wir nicht lieber perfektes Paar spielen? Nein, das war mir lieber. Zähle die Früchte. Ja, toll. Hä? Hä? Drei? Was? Oh mein Gott. Äh, drei rote, vier rote, eine Banane und irgendwas Grünes. Okay, so langsam verstehe ich's. Hä? Der Welle. Ich verstehe dieses Game absolut nicht. Okay. Ui, jo, ho. Dein Instant-Finale. Okay. Das, oh mein Gott, Junge. Das ist ja beänstigend. Also, ich bin nicht der Einzige. Also, was ist das für ein weirdes Game? Und dann weggehext. Ja klar. Natürlich weggehext. Weggeflext. Uh, 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 uh.